Alles klar Freunde, wir sind jetzt gerade beim I-Mann und das ist hier das Gebäude. Und ich höre schon, da geht schon ein bisschen was ab. Also lassen wir uns überraschen, was uns da erwartet. So, da sind wir und geht schon wieder ab. I-Mann ist für mich Flucht vor der Außenwelt hier gerade. Kreativer Freiraum, ja. Bester Platz. Nee, ist endgeil. Es ist einfach total viel künstlerische Vielfalt auch mit den ganzen Leuten, die wir hier haben. Das I-Mann ist ein Ort, an den junge Künstler zusammentreffen, wo man einfach man selbst sein kann. Wir vloggen hier ein bisschen. Wir schauen Alex beim Kochen zu. Und zwar bei den beiden Alex, aber der Alex hier ist gerade der Masterchef, der als Meister das einarmig im Schneiden ist. Nur ein kleines, ein taste, ein taste auf Julians Außenwelt. Wo haben wir mich denn? Hier haben wir mich. Ich kann mich da nur anschließen. Also für mich ist es einfach ein Ort, wo man sich entfalten kann. So in seinem, also in dem, was man einfach tut. Es geht auch, na klar, um viel mehr jetzt im Endeffekt. So, wenn man dann mal hier ist. Na klar, das bedeutet für mich auch irgendwo so ein Lernprozess, wie man auch, weiß ja nicht, dieses Miteinander und auch, ich weiß nicht, viele verschiedene Leute und Kunst. Ja, I-Mann ist, I-Mann. If you know, you know.